Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play American McGee's Alice. Ja, ich muss hier beginnen, weil es wird gleich richtig rutschig und eisig und ihr wisst ja, Hände rutschen und so, seht ihr? Ja. Ähm, im letzten Part mussten wir vor einer Kugel davonrennen und sind hier gelandet. Und rutschen jetzt vor uns hin. So ein bisschen zumindest. Oh nein! Wo muss ich eigentlich hin? Das ist jetzt die Frage. Ah, schnell da hoch, hoch, hoch. Und jetzt da rüber müssen wir, glaube ich. Ah, nein, nein! Oh, Mann! Mach doch mal das, was ich von dir verlange! Okay, das wird noch eine eisige rutschige Angelegenheit und so. Kommen wir da nicht hoch? Das schaut nicht so aus. Schaut aber so aus, als ob da gleich was runterkommt. Wenn Alice sich mal bewegen würde und so, wäre ich ihr sehr verbunden und so. Hallo Alice, jetzt beweg dich doch mal! Mann! Nein... Oha... Das... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! So, ähm... Und jetzt? Ach! Verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Mann! Warum hab ich zurückgetippt? Ich dachte... Ich denk zu viel. Ich denk viel zu viel. Ich denk einfach viel zu viel. Aber jetzt... ey, das rutscht doch mal. Und jetzt... da dann... Da dann... huah! Ein bisschen hier lang. Ah, nein, nein! Aufs Maul! Gut. Wenn ich jetzt das nächste Mal bei dem Stapel bin, bleibe ich stehen. Und dann speicher ich mal. Oh, ist das anstrengendig. So, und jetzt da... nein! Ein bisschen da dann rutschen und ein bisschen hier lang. Nein, 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 nein! Ah! Gott, das ist anstrengendig. Puh! Und hier! Und hier! Und hier! Wir lassen hier schon mal auf F4 zurück. Einfach zur Sicherheit. Und ein bisschen hier lang gehen. Ah! Nein! Nein, 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 nein! Nochmal F4! Ich will hier sicher stehen. Alles klar. Wir haben den Stapel. F4! Ganz schnell! F4! 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 So, und jetzt muss ich da irgendwie da rüberkommen. So, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und gleich bis zusammen und wir fallen runter. Ah, Schritt, 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 Schritt. Schnell! Oh! Ich glaube, ich sollte lieber die Waffe wechseln. Vielleicht bleibt sie dann besser. Ja, etwas. Schnell da rüber. Diesen Putt, okay. Komm da, da ist noch eins. Ach komm. No shit Sherlock. Und wenn da die Kugel noch entlang wollen würde, dann würde ich sagen, ihr habt doch alle eine... Wobei, Wunderland. Seelenquall, was wollen wir für dich? Es ist das Wunderland. Und, Tschüss. Ach nö. Wenn ich da unten draußen bin, muss ich auch nicht mehr speichern. Wie wäre es, wenn du nur mal laufen würdest? Und für Alice, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für den Spielchen hier. Und da kommt die Kugel und wir müssen weiter ran und ich lasse wahrscheinlich total viel aus. So, wie ich mich kenne. Okay, sie läuft auch so, sind komisch. Hallo? Lauf, lauf, lauf. Wie wär's mit Laufen? Lauf, Alice. Warum lief sie in der einen Stelle so komisch? Das verstehe ich einfach nicht. Komm. Sehr schön. Put, put, put. Und wir nehmen uns die Meta-Essenz. Warum läuft der Alice immer so komisch? Okay, brauchen wir nicht mehr Meta-Essenz. Okay, schade. Okay, F hier. Und so, ganz schnell. So. Puh. Bevor ich's vergesse. Und hier. Verdammt. Das war zu niedrig. Okay, wir müssen uns hochtragen lassen, würde ich sagen. Zumindest ist das, was ich erwarte. Und jetzt da rüber. Kann ich das hier noch ein bisschen... Nein. Huh, okay, geschafft. Huh. Schnell, F hier. Oh, ich bin grad so paranoid. Es ist unglaublich. Unglaublich. Und warum ist der Pop-Shirt schon wieder so nah am Mikro? Ich verstelle den extra nur ein, und dann ist es trotzdem wieder anders. Ach, schloch. Oh, hallo, Raupe. Oh, Alice, du bist zurück. Aber das Kaninchen hat mir nie gesagt, warum, und jetzt ist es fort. Warum? Das Wunderland ist in Gefahr. Du musst es retten. Darum. Dieser Ort ist so fremd. Was soll er mir bedeuten? Zu Hause. Zumindest könnte es das sein. Du hast verloren, was du liebtest und uns fast ausgelöscht. Gut, überwinde den Schmerz und erfülle deine Pflicht. Warum muss ich leiden? Selbstbetrug. Selbst deine Fantasie ist in leidvolle Scherben ihrer selbst zerfallen. Du hast Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Und hast die Vorstellung, allein weiterzuleben. Was soll ich tun? Vernichte die Herzkönigin. Das Wunderland, ja. Ah, deine ganze Welt kann wieder heil werden. Ich muss nun ruhen. Nimm deine ursprüngliche Größe an. Erkenne die Wahrheit, Alice. Reise zum Pilzwald. Und koste ein Stückchen vom Pilz des Lebens. Gib acht. Er wird vom gefräßigen Tausendfüßler bewacht. Interessant. Oh. Okay. Hoppala. Das war gerade echt kudelig. So. Scheint so, jetzt müssen wir da durch. Zum Pilzwald. Oh Gott. Nächster entgegner, oder wie? Och, nö. Warum? Warum tut ihr mir das an, ha? Warum? Och Gott. Naja, ich habe ja gesagt, ich will das Spiel durchspielen und irgendwie schaffe ich es schon. Irgendwie kommen wir durch. Mit viel Glück. Mit ganz viel Glück. Ja. Was, ich habe gehört, Madness Returns soll noch schlimmer sein. Dann freue ich mich ja jetzt schon, wenn ich das dann irgendwann spiele. Wahrscheinlich erst, wenn ich einen neuen PC habe, weil ihr seht ja schon, wie American Maggies alles ruckelt. Da will ich nicht wissen, wie das neue Spiel dann ruckelt. So, wir drücken auch hier wieder erst mit vier. Weil, speichern und so. Oh Gott. Mit zwei Stück. Dann holen wir mal unsere Messer raus. Der Waffe. Und, komm her Messer, los! Und nochmal. Messer, komm zurück, los! Da ist das gut. Sehr schön. Metaessenz, ich brauche Metaessenz. Das geht nicht. Hallo. Aufwachen? Nein. Ich lasse mich in Ruhe. Ja, friss das! Du kannst mein Messer haben, wenn du magst. Willst du, willst du, willst du? Nochmal? Hier. Nochmal? Oh, kriegst du hier, guck. Oh, da drüben ist auch noch Metaessenz. Ganz viel Metaessenz, wenn ich sie brauchen würde. Aber brauche ich gerade nicht. Wo geht es eigentlich lang? Da hin, guck mal nicht, wie es scheint. Nö. Okay. Gut zu wissen. Da auch nicht. Okay, alles klar, da müssen wir dann. Jo, ich weiß es schon. Ich weiß schon. Oh. Felt sie? Willst du bitte mein Messer spielen? Ich bin schon fasziniert. Nein. Messerchen. Und nochmal Messerchen. Schnell. Bodyama ist ja da, ist los. Und nochmal ein Messerchen. Und nochmal ein Messerchen. Uah. Und nochmal ein Messerchen. Sehr schön. Uah. Das Viech kann ja durch den Boden gehen. Wop the fuck. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, wie ich gesagt. Komm her. Tallen wir mal die zwei. Schon kaputt? Nein. Okay, jetzt ist es kaputt. Und der Spiel ruckelt wieder. Krieg dich wieder ein. Los, Spiel. Ah, wir drücken mal wieder ein vier. Vielleicht kriegt... Ah, okay. Jetzt hat es gerade einen gekriegt. Naja. So viel Gefahren. Oh, oh. No shit. Ist er denn gut da. Wir brauchen die Meta-Essenz. So, und wir brauchen unser Messer. Mein Messerchen. Hallo? Aufwachen. 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 Ach, verdammt. Ich habe doch die ganze Zeit weggedrückt. So, wo bist du? Komm, Messerchen, komm her. Hier. Hurt, hurt, hurt. Und nochmal, komm. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ist es kaputt. Endlich. Ich hasse diese Pilze. Die sind unglaublich schlimm. So. Das noch mehr Meta-Essenz. Brauchen wir. Wunderbar. Komm her, Meta-Essenz. Noch ein Pilzi. Eins. Das ist in mir so zuerst bewegt. Wahrscheinlich der Pilzi. Nope, der hier. Komm her, Messer, komm her. Und? Wunderbar. Und da kommt schon der zweite. Oder auch nicht. Nein. Da, nimm das. Und Messer, komm wieder her. Komm, los. Wir müssen den Pilzding hier. Töten. Und noch einmal. Komm. Zack. Tot. Da kommt schon die Arme so. Gut zu wissen. Okay, Meta ist uns brauchen. Gerade nur nicht. Anscheinend. Da unten muss ich aber ganz viel Meter essen, falls wir sie brauchen. Warum komme ich da nicht hoch? Was ist denn Logik hier in diesem Spiel? Ich weiß hier echt unglaublich. Da, nimm das. Komm, lass mal schnell. Wunderbar. Geht doch. Ich weiß nicht, was wir alle haben hier. Und jetzt? Dann drücken wir nochmal F4, um Fortschritt zu speichern. Ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich spiele. Iiii, Wasser. Und nochmal kommt ein Messerchen. Sehr schön. Puh, das war knapp. So, das war richtig knapp und jetzt noch das Vieh hier. Und? Interessant. Okay, schon tot. Oh, das ging ja auch schnell. Wunderbar! So kann's ruhig immer laufen. Zack, 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 tot und wir machen keinen Schaden. Äh, wir bekommen keinen Schaden oder so. Das ist wieder das eine Spielzeug. Unsere Würfelis. Warum haben wir jetzt unsere Würfelis? Man soll die aber nicht verwenden, wenn man mal alleine ist, also verwende ich sie lieber nicht. Waaaah! Nein! Ah, verdammt. Ah! Ah! What you noticed? Sehr schön, es ist tot. Boah, das hat eine Anziehungskraft, das ist unglaublich. So, komm, Meta ist eins. So. So, soll ich jetzt noch weitergehen, oder? Na, ich mach hier jetzt den Schnitt und wir sehen uns im nächsten Tag. Bis dann, tschüss!